Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, euch einen Kollegen von mir vorzustimmen, beziehungsweise ihr kennt die Nähe alle. Das ist einer der größten für mich hier. Wir haben auch schon zusammen gespielt mal. Johannes Grisch. Er ist der Undercover Agent, private Clubbing-Patient, in Sachen Neuorten des Egos. Das war's für jede, die umkämmt. Er ruft den Nachtflug, einmal täglich. Zur Sicherheit den Heimweg auch. Lichtjahre, Luxus, unvergeblich. Es bleibt beim Haftbus im Bauch. Und er weiß, heut Nacht schlägt sie die Schlacht. Und dann soll sie Kapitän des Nachtwürgs sein. Sie allein. Er fliegt den Wänden, kreuzt der Jungfrau. Doch das Land gewinnen beide nicht. Sie trägt ihr definiertes Ego. Und er nach Hause sein Gesicht. Und er weiß, heut Nacht schlägt sie die Schlacht. Und dann soll sie Kapitän des Nachtwürgs sein. Und dann will sie Kapitän des Nachtwürgs sein. Und dann will sie Kapitän des Nachtwürgs sein. Und dann sind sie Kapitän des Nachtwürgs. Und dannishe�. Ei, die du mal aufschaffigst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017